turn out of the maps okay alarm ich glaube ich weiß nicht scheiße auch scheiße du dreckst auf ich weiß die mona warum schwäbisch warum schwäbisch okay ich gehe mal gucken was das ist ich auch lol wie geht das ich bin das cool ach ich jetzt auch hier ist mein ende aber hier geht's noch an aber wieso kann sie springen das kann ich gar nicht nein jetzt steht da nämlich auch wieder was wie ein geist steht da oben auf ja wir können mal einfach das video hochladen das die härtete an wahrscheinlich dann müssen wir hier ja ich schweb kopf hier wo die hände flattern die ganze hier ist ein pfeil aber da geht es noch nicht ne ne aber hier lang wird er nicht woher wachsen hin ne ahnung ich bin hier bei stefan bin ich ah dann bin ich da hin wenn wir auf sie warten oder ja er dreht sich um er dreht sich um ich kann mich bewegen ach jetzt stehe ich noch ich nicht muss einfach gehen die wand donnern wo bleibt dann ja jetzt schwäbe ich nicht mehr so gut ich hüpfe nicht mehr wie steht jojo dann gehen wir vielleicht gegen eine wand weiter durch kommen wir nämlich mehrmals wieder normal nö wie auch nicht mehr was steht da likes kommunist kaka t bet kauf 612 ich habe die schon wieder verloren oder bist du schon weiter hüpfel 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 hier geht ein weg hoch ich war ja gerade weit hier ja wo geht es denn hin ganz rechts immer gerade ausgehen schwebe da wo ich dich gerade gesehen habe da war es doch plötzlich dann weg ja er war doch sackgasse ne hier hin ganz auf die rechte seite da kommt dann irgendwann jojo auf der der ding da ich habe auch nichts Toll, jetzt bin ich runtergefahren. Jetzt möchte ich ganz wehschnur gehen. Was hast du denn jetzt gemacht, Stefan? Er ist gehechtet. Du schwebst auf dem Kopf. So, hier ist Stefan, da kommt Jörg. Die Härte sind der Weg. Okay, ich hab gerade auch noch gesehen, das nehmen wir dran, gar nicht. Ich kann nichts machen, ey, ich bin oben. Ich werde das noch zu viel Zeit kostet, so ne Scheiße. Nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ja, ich bin oben drauf. Ne, doch nicht. Hä? Aber jetzt häng ich so ganz komisch. Die Wandknau steht dann hoch. Ja, aber ich komm nicht mehr so hoch. Ich muss ja vielleicht da hin. Ich schwimme in der Luft, cool. Ich komm jetzt nicht mehr so hoch. Wo wischen du? Bei diesem schrägen Ding da hoch? Ja, da unter bin ich, weil ich jetzt... Achso, da muss ich nochmal wieder bei diesem schrägen Ding hin. Dann komm ich da ja wieder rauf. Ach, wie kann man ein Map so bauen? Da ist kein Raketen-Bug oder so. Hm. Wo muss ich überhaupt hin? Wo ist denn das Ziel? Ja, keine Ahnung. Ich renne hier nämlich noch die ganze Zeit rum, aber ich sehe hier nichts. Achte. Ach so, mit dem Boost muss man doch aber was. Äh, ich gehe jetzt voll ganz weit nach oben. Hä? Ich bin Map Ende. Okay. Aber ich sehe... Ich sehe das Ziel nicht. Ach du. Also du bist jetzt noch weiter hoch? Nee, ich sehe gar nichts. Ich bin bis Ende Map oben. Wie bist du da hoch rum? Ähm, Ventilator. Ach, vielleicht mit den Speed, den wir da oben aufbauen. Ja, und da hier ganz oben ist auch das Ziel. Okay, vielleicht mit den Speed und so. Nee, ich bin einfach in den Ventilator wieder als Kugel rein. Und dann habe ich mich wieder normal gemacht und dann bin ich aber auf dem Venti geblieben und dann hat er mich ganz oben hoch gepustet. Jetzt wieder in die normale Form. Komm ich ne Meter runter. Ach doch, ja. Und jetzt musst du links oder... Ja. Ich guck jetzt mal... Oh, ich bin oben. Du musst hinter... Genau, dahinter links musst du hinter dem hellblauen. Und dann ist das direkt hinter dem hellblauen. Ach klar. Nee, ich fall runter. Nee. Wo stehen? Ach nee. Ja, jetzt muss ich nochmal alles nochmal neu machen. So seid ihr dann runtergefallen. Keine Ahnung. Ich bin auch. Ich bin auch zwei, dreimal gegen die Decke umgeknallt. Boah, das schaff ich vom Leben nicht mehr. Wenn wir das halt komm ich schon jetzt... Mal aufstehen. Ist mir ab Ende. Oh Scheiß. Was? Das kostet mich jetzt komplett. Schneller. Fert den Boost. Was hat sie da alles hingeschrieben? Ach, ich reussiere mal. Ach, ich reussiere mal. Ach, ich reussiere mal. Ach, ich reussiere mal. Oh, nee. Schneller. Haha, ich kriege noch auch nix. Neh, ich kriege noch mal auch nix. Da, da gehe ich raus. Ne, ich fahre bis die Zeit ab. Ach man. Was? Ja. Ich kann ja nicht neue Modes machen. Keine Ahnung, wieso ich da runtergefallen bin. Ich bin auf dem Weg gerade schon umgefallen. Schjummel. Ich bin的 herum runtergefallen. Puh, jetzt ¡ tactics! Wachen. Bäh. 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 Sie. Wachen. Schneller. Vielen Dank.